Wenn du einem Gorilla im Regenwald erzählst, hör mal, am anderen Ende des Waldes, da gibt es eine Gorilla-Horde, die Hunger hat, spende mal ein paar deiner Bananen. Dann ist das auch für jemanden, der gorillarisch kann, komplett unmöglich. Weil der Gedanke der Kooperation nicht da ist. Also du denkst nur an deine Horde und deine Gene definieren, was in deinem Interesse ist. Wir Menschen unterscheiden uns von Tieren durch unsere Fähigkeit zur Kooperation. Aber wann kooperieren wir? Du kooperierst nicht, wenn du jemanden nicht kennst und kein Interesse hast. Aber wenn ich dir eine mitleiderregende Geschichte von einem hungernden Kind nach einer Flutkatastrophe in Indien erzähle, dann spendest du vielleicht, anders als der Gorilla seine Banane, spendest du etwas. Weil diese Geschichte dich überzeugt hat. Es sind die Geschichten, die wir uns erzählen, die uns zur Kooperation bringen. Und Kooperation ist die eine große Fähigkeit, die Menschen von Tieren unterscheidet. Das ist das, was uns ausfällt.